Die ukrainische Regierung ist eine Marionette der USA, um Russland zu stürzen. Erst ist Russland dran, als nächstes wir in China. Meine Güte, Julienko hat die Trennung von Bibi aber überhaupt nicht gut vertragen. Haben Sie zu Hause den Witz verstanden? Nein? Ich auch nicht. Den hat mir unsere heute schon TikTok-Redaktion aufgeschrieben.